hallo das ist auch wieder und ich bin der lucky p und da drüben in der ecke sitzt der repeater ja es gibt bestimmt welche die einfach ein boli bei so ich bin schon überzeugt das beste ist ja das ist das beste ich meine wirklich nein natürlich nur spaß es ist nur das allerbeste so das allerbeste ohne ein netz ohne spieler muss im leben auch auf dinge verzichten ja das wird mir vor allem auf beinahe klar früher hat mir meine eltern nie was geschenkt sie meinen ich werde es nicht für die welt und verdiene keine geschenke da haben wir eigentlich auch recht oder wie sie das schreibt in die kommentare ich weiß wo ihr wohnt ja ich weiß wo ihr alle wohnt aber ich kann meine mama fragen die sagt mir dann weil die alles weiß ja bis jetzt sieht es richtig scheiße aus bei mir ja bei mir auch ja nicht anders zu erwarten so und dann nein ich spanne zumindest schon mal das netz ich bin auch gerade beim netz ne wenn es jetzt zwischen mein und dein netz ist meins besser du machst das bestimmt aus gittern ja ja wie groß ist dein ähm geht eigentlich ja jetzt baue ich richtig hässliche missgestalten missgestalten weil ich habe keine lust im bildschau zu nehmen es wäre mir doch ein bisschen zu ich hätte lieber wildschau nehmen sollen oh mein gott oh mein gott sind die hässlich ach du scheiße ach du kacke das ist das hässlichste was ich das ist eigentlich fast in jeder Runde eigentlich das ist das hässlichste was ich je geboren habe ach du scheiße nein das ist nicht das hässlichste ich bin alle hässlichste lol oh die zeit ach du scheiße man darf keine sekunde in diesem spiel Spaß haben keine sekunde ne ne und wird sofort gnadenlos wird die zeit abgezogen so der ist ein bisschen größer als die anderen was mich verwundert das darf man nicht sein er hat sich einfach arm ausgerenkt das gefällt mir aber das hört sich ein bisschen komisch an aber das ist schön wenn das sich ein arm ausdreht geil die zeit überhaupt nicht belastend oder so ich hab noch nicht mal Volleyball oder so ja hab ich aber schon also das ohne Volleyball ist dann meins genau das ist richtig hässlich richtig hässlich oh mein gott das ist deins auch hässlich das ist deins nein das ist nicht deins nein das ist meh meh na gut das ist sogar mein eisenag das ne meh geb ich noch ok es sind wieder irgendwelche beep 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 geräusche ignorieren das ist deins das ist deins ist in ordnung hm gib ich sogar ein gut weil ja hab halt einfach gehalten hab halt Volleyball oben schon ist zwar ein bisschen krank dass die köpfe durch die gegend werfen aber naja ja was der sache meinung ok das ist deins halt hier natürlich ist das meins das bist du hm gut ja gut gebe ich noch noch wie soll das heißen das ist wow everything warte wie geht das aus ja ähm ja gut wir sollten zwar wir sollten Volleyball malen und kein ähm Meteoriten einschlag aber pff jetzt ok jetzt wird er ne das ist das größenfeld ist ein bisschen überschritten ok das ist naja das ist total einfach total nein das ist meh das ist ich meine wie groß sind die Viecher guck ich jetzt was sind das für Viecher die sind einfach so Krüppel holen wenn sie so Stimmungen sagen mal meh meh schon wieder Meteoriten einschlag aber egal guck hier ist sogar noch dieser schweif da da unten sind die schreienden Kinder ganz guck hier die Sandkörner da ist eins da das ist ein dummhäutiges schreiendes Kind was ist das das die bauen wollen wollen das ist ein Volleyball ja mein Eis am Lied das ist okay nein das ist my Eis am Lied das ist viel zu einfach ja das ist mir viel zu einfach das ist mir viel zu einfach my Eis am Lied im Leben ich kacke da gleich drauf wenn ich den Microsoft verkacken könnte kann ich jetzt vielleicht was hab ich gemacht ok abbrechen äh 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 ähm Leute das ist sehr sehr viel Arbeit meh 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 ja das hat man 30 Sekunden gebaut Mähe ok er ist dann zweiter Platz ist das schon mal gut äh ich hätte nicht das beste geben können verdient wieder ne was du hast ja gar nichts verdient dein jeweiliges Leben so Ja, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Abonnieren, liken und kommentieren nicht vergessen. Würde ich mal sagen, geht weg. Ja, abonnieren. Ciao. Und schaut euch alle anderen Videos an. Ja, macht das jetzt. Ne, komm. Wir warten jetzt hier so lange, bis ihr das macht. Ja, macht. Tschüss.